Herzlich Willkommen zurück zu der Let's Play Two Point Hospital. Weiterhin über meine Möglichkeit Labor. Wir benutzen Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Ja, wir benutzen die eingelegten Toiletten in den Gurkengläsern. Bitte verwenden Sie nur die, die sind extra salzig. Befördern, natürlich. Ziel für Grundstück 8, installieren Sie abgewärts. Achso, ja, da bin ich ja bei. Okay, hier brauchen wir noch Besitze, 18 Grundstücke, noch 6 Patienten. Dann hätten wir 15, hier oben können wir uns dann 16 holen und so weiter und so fort. Also ich bin erstmal ziemlich positiv hier eingestimmt. Aber wir haben wirklich zu wenig Hausmeister, Leute. Haben wir den auch noch dazu? Mechaniker, nehmen wir dann auch einfach nochmal den, so. Weil das geht gerade nicht. Also hier keine Blumen gegossen zu haben und so, das mag ich überhaupt gar nicht. Ich nicht, also das ist für mich ein Punkt, der fuckt mich richtig ab. So, viele Patienten stehen in den Dienst, den Assistenten zur Schlange. Warum? Vielleicht hier, aber das ist doch den, ihr Problem. Ich hoffe so ein bisschen, dass wir hier die, dieses Problem jetzt hier so ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Weil das ist wirklich ja ein Problem, ne? Also, hier sieht es auch ziemlich gut aus mit zwei Personal. Hier arbeitet. Warte, wir haben wieder ein neues Grundstück gekriegt. Hier schicken wir auch mal noch einen zweiten hin. Wo haben wir noch ein neues Personal? Äh, neues Grundstück? Sehr schön. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall das hier. Äh, dann sind wir jetzt schon sagen, ich schreibe bei 14. Verbringe zehn Monate mit einer beliebigen Marketingkampagne. Okay, ja, das müssen wir dann so alles so ein bisschen... Ah, das haben wir schon ausgewählt. Operat zehn Patienten, das verstehe ich nicht. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Debuggers gebeten. Ja, gucken wir mal, ob das steigt, wenn jemand stirbt. Also, vielleicht kann ich das irgendwie sonst gar nicht beeinflussen. Irgendwie arbeitet hier gar keiner mehr. Alle machen irgendwie Pause und ehlen an sich herum. Also, das mag ich ja gerade gar nicht. Was macht mein Chirurg eigentlich? Gehe ich jetzt mal ohne Wachs. Wo ist mein Chirurg? Also, erstmal sollte ich auf alle gehen. Dann sollten wir mal vielleicht das Geld angleichen. Dann sollten wir mal zu Ärzten gehen. Wo bist du? Du machst Pause. Ist der einzige Chirurg, den wir haben? Eigentlich ja. Dann müssen wir uns mal jetzt die Jobliste angucken. Der macht auch nur die Chirurgie, also... Ja gut, aber wenn er Pause, dann Pause. Also, was soll ich dagegen tun? Dagegen kann ich ja nichts machen, ne? Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. Wie, meine Allgemeinmediziner sind schon fertig, der Kurs? So, okay. Warum nicht? Allgemeinmediziner 3 hätten wir sagen und halbe vier Stück. Das hätte ich auf jeden Fall gerne, weil... Umso schlauer werden sie, umso besser sind sie. Ganz einfach. So, unser Chirurg geht da hinein. Das ist sehr schön. Hier geht es auf jeden Fall runter. Also, ich bin gerade eigentlich gut zufrieden. Solange wie immer eine Praxis besetzt ist und zwischendurch zwei weggearbeitet werden, ist das eigentlich alles ziemlich gut. Also, ich werde denen jetzt auch hier keine Sonderrechte mehr einräumen oder so, den Patienten. So, wie Opfere 30 Patienten. Zwei von 30 haben wir schon. Also, wirklich, wenn welche sterben. Okay. Gut. Jetzt habe ich gerade einen Ping gehört. Müsste ja eigentlich noch eins hochgehen. Okay. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. So, wir müssten auf jeden Fall noch ein paar Updates installieren. Also, das wäre einmal hier, bitte. Da haben wir schon. Und einmal der anderen. Kartenhaus ist nicht gestattet. Äh, befördere drei Mitarbeiter. Das geht eh von alleine. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. So, und du sollst auf jeden Fall in der Apotheke. Diagnose kannst du auch. Station, nein. Nein, Spritzenhaus, nein. Sehr schön. So. Hausmeister, in die Ausfeilung, bitte. In die, ähm, oh, das ist echt ein schönes Wort. Äh, ja. Wir müssen noch zwei Grundstücke. Also, wir müssen auf jeden Fall die Beförderung der, der Leute durchziehen. Die Updates müssen wir mal durchziehen. Ja, wir müssen gucken, ob wir noch so viele Updates, äh, zugange. Bekommen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil manche Updates werden dann Ewigkeit trauern, um auf die auf drei zu bekommen. Außer wenn ich, äh, gewisse, gewisse Handwerker erstmal ein bisschen skillen würde. Hm. Hm. Das wäre nicht so einfach, ne? Müssen wir echt mal ein bisschen abwarten. Und das gehört uns auch schon alles, ne? Komplett. Dieser ganze Bezirk ist auch schon komplett unser. Ein Hausmeister wird um die Reparatur des Haulxiers gebilden. Das ist auch so, äh, normales, äh, installiere zehn Akku jetzt. Das haben wir. Diese drei Market, äh, zwei Marketing. Ja gut, aber dieses, mit diesem Marketing mache ich dann, wenn ich es, äh, ich dann auch benötige. Ähm, dann wäre das eigentlich auch gar nicht so ein großes, äh, Drama, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben auf jeden Fall dann alle Maschinen auf zwei, ne? In Standhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Hm. Jetzt sind alle Quep. Ich hätte gerne noch einen für hier, aber... Jetzt mal ohne Scheiß. Wen soll ich denn dafür nehmen? Behandlung? Dann müssen wir denen aber erst mal seine Jobliste hier besser erklären, wie zum Beispiel nicht da zu arbeiten. Ja, und das kann er ja eigentlich alles, man. Der kann auch forschen gehen, wenn er Bock hat. So, machen wir. So, geht der da hin. Dann haben wir die Stelle auch wieder besetzt. Hier kommen dann gleich unsere ganzen Ärzte sowieso wieder raus. Dann geht es denen sowieso ziemlich gut. Ne? Also, wahrscheinlich wieder zwei Beförderungen. So, und dann haben wir die Aufgabe auch erledigt. Wir haben auf jeden Fall schon fünf abgewetzt. Also, wir müssen jetzt zusehen, dass die Ärzte hier oben so langsam wieder rauskommen. Äh, Einnahmen 172, Ausgaben 129. Aber wir machen immer noch Gewinn. Ähm. Ja. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Aber eigentlich ist es hier auch jetzt nicht unbedingt so voll, dass ich jetzt sagen muss, äh, buh, das ist aber scheiße hier. Was ich halt geil finde, dass halt meine ganzen, ja, die, äh, Allgemeinmediziner schon auf drei sind, ne? Das ist schon ziemlich fett. Ohne Scheiß. Ja, und ich könnte jetzt schon einen wieder an der Stufe höher machen. Also, Wahnsinn. Ähm. Ja, das wäre Bullshit, Leute. Aber eigentlich können wir, haben wir den. Ja, wir haben schon einen, ja. Ja, Diagnose. Ja, gut. Ja, gut. Wer hat denn da Bock drauf? Eigentlich, wie alle, ne? Eigentlich ist das schon ziemlich geil, wenn wir die das machen lassen. Jetzt ohne Scheiß, äh, warum nicht? Wir haben da ja nichts von, wenn wir das nicht machen würden. Also, man hat ja immer einen positiven Effekt dadurch. So, sollten wir hier irgendwann mal diese Schlange komplett weg haben, dann würde ich mich schon sehr freuen. Hier sieht es eigentlich auch ziemlich gut aus. Was wir halt immer haben müssen, ist wirklich, ähm, dass man immer hier zwei Angestellte hat. Weil der eine muss den Gips machen, der andere muss den Typen bedienen und so. Also, das ist schon ziemlich nice. Also, das kann ich euch auch wirklich nur als Tipp geben, das ist genauso wie hier. Weil die Station und die Dinge, das macht schon gut Kohle. Also, ich glaube, in der Station machst du 9000. Also, das ist schon, ähm, eine ziemliche Erleichterung. Ähm, wenn man das durchzieht. Da fehlt uns jetzt wieder an Personal, aber, pff. Und Opfern, ja gut, Opferse halt, ne? Ist ja für uns auch eine Aufgabe gerade. Hört sich richtig dämlich an in so einem Krankenhaus, wenn ich ganz ehrlich bin, aber... Ist halt einfach so, ne? Also, sorry, wenn man das jetzt so sagt, aber es ist ja halt so. Was soll man jetzt großartig dann dazu sagen, ne? Das Jahr ist fast vorüber. Achtung, Rutschgefahr durch Erbrochenes. Haben wir da schon mal den Raum wieder ein bisschen runtergekühlt. Also, keine Todesfälle haben, ist das Einzige. Sonst sind wir wirklich das beste Krankenhaus in der ganzen Welt. Äh, perfekt, ne? Es gibt ja auch nicht viele, die wirklich besser spielen. In Two-Point-Hospital. Also, man kann sich ja auch die Ranglisten angucken. Daher ist das alles schon ziemlich geil. Können wir eigentlich... Aber wir brauchen nur noch das. Dann wären wir durch. Dann haben wir sogar alle Objekte freigeschaltet. Hm. Also, kann jetzt jeder sagen, was er will von? Aber ich hätte noch Bock auf ein DLC. Ja, ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Und dies und jenes. Aber ich hätte mega Bock auf ein DLC. Kann jeder gerne entscheiden, wie er es gerne möchte. Aber ich hätte schon Bock darauf. Blumen gegossen werden schon wieder nicht. Es ist echt eine Katastrophe. Wir haben gleich schon eine halbe Million wieder. Hier geht wirklich so ein bisschen die Post ab. Also, das ist wirklich schon so ein bisschen... Also, wenn das so weitergeht, reiße ich den Bunker ab. Weil, äh, das ein Nachteil eigentlich in meiner Augen ist. Ein Krankenpfleger wird in der allgemeinen Diagnose verlangt. Äh. Ich weiß nicht, wie das... Da ist es. Ich wollte sagen, ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich rechne mal den, das hier mal alles ein bisschen hübsch ein. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. So. Weite Bildung abgeschlossen. Frühschrank. Dann knatschen wir den jetzt hier noch so ein paar Bilder an die Wand. Wer hier wenigstens Stufe kommt. Stufe 4 zu 100 Prozent haben. An der Kardiologie wird ein Krankenpfleger benötigt. Wir haben wieder ein wunderschönes Givita. Givita? So, ähm, wir müssen aber erstmal hier installieren, sie Upgrades. Das muss ich jetzt erstmal ein bisschen erledigen. Der Kurs ist endlich beendet. Das wird auch Zeit. Instandhaltung, Mechaniker, Mechaniker 4, Mechaniker 3. Davon haben wir gar keinen. Deswegen kommen die 3 erstmal auf Mechaniker 3. Danach gehe ich dann bei und mache ein paar Upgrades. Ja, wir müssen ein paar Beförderungen eigentlich noch durchkriegen, aber irgendwie, aber ganz ehrlich, wir haben auch keine großartigen, tollen Ärzte. Hier, so ein paar Marketingdinger könnten wir nur einstellen. Den würde ich eigentlich noch ziemlich cool finden. Und dich würde ich auch noch ziemlich cool finden. So. Feuerübung. Es gibt wirklich ein Feuer. Die beste Gelegenheit zu üben. Hm. Gibt es noch Feuerlöscher? Jäkse. Hier passen einfach keine Feuerlöscher rein, ne? Es ist zum Kotzen. Das ist... Gut, dann kümmere dich da drum, Hausmeister Krause. Und dann... Der Dackelgloob macht das schon möglich, ja? Würde ich mal sagen. Ich sage auch wieder vielen, vielen Dank für's Einschalten. Bis morgen. Tschüss.